Geil, das erste Ding ist schon am Keepen. Geil. Schon down. Schon zweimal down. Hier. Ja, hier. Drei Mal down. Beruhigt sich nicht mehr. Die ganze Zeit kippt. Niemand kommt weiter. Los, der Luca. Geil. Geil. Was weisst du, der Saka da dabei? Ja, er ist richtig gemontiert. Jetzt hören wir mal auf die Gumba-Boys. Ich sage, wer es ist. Wir kommen da nie weiter. Ich bin irgendwie das dreissigste Höhe dahinter, Digi. Am Anfang. Wild. Gehen wir nicht weiter. Geil. Der Einte hat es geschafft, hochzukledern. Nein. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Geht nicht. Abkürzung, irgendwo. Der Gando, nein. Aber ich bin der Gando. Daher. Das hat es eigentlich länger. Wild. Wie trage ich dort? Wild. Ja, aber gewisse schaffen es dann wieder, irgendwie aufzukledern. Keine Ahnung. Ich bin ruhig. Geht nicht, ich bin ruhig. Aber sie hören nicht auf die Gumba. Geht nicht. Ich habe mir den Sinn. Geht nicht mit mir nicht erzählen, Bruder. Warte. Oh, jetzt. Oh. Oh, es ist gut. Ich habe noch nicht gemerkt, dass es nicht geht, Bruder. Es ist so ruhig. Es ist so ruhig. Eines Team, wo zwei Leute durchkommen sind der erste. Es ist einfach ein bisschen drittig, ein bisschen drittig. Ja, ja. Jetzt kann Zeit ablaufen, ist gut. Ja, nein, nicht gleich rein! Gott! Du glaubst nicht, Bruder. Du weißt, was wirst du so klippen? Ich habe es mal markiert im Stream. Das ist zu wild. Wartet doch schnell! Hahaha. Uh, der Univers. Ja, ja, ja. Er schafft es wieder, weißt du? Wird ich das probieren, kann es jetzt arbeiten? Probier, dann gehe ich auf Korn, auf Dings drauf. Wahnsinn, der absolute Wahnsinn. Jetzt los, jetzt los, jetzt! Ah, jetzt ist es zu gut. Absolut die Wahnsinn, wir können alle nicht weiter. Alle die kommen nicht weiter. Ja, das ist schon gut. Abkürzung da hinten. Das kannst du wirklich jemandem erzählen, Diga. Oh, ich habe noch zwei Viewers. Das kannst du jetzt gleich auflegen. Mhm. Mhm. Ja. Mhm. Ja. 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 Vielen Dank.